Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videocast auf der himmlischen IT. Mein Name ist Carsten Rachfall und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie wir das iPad momentan mit der Version iOS 4.3 an Office 365 und darin das Exchange Online anbinden. Ich wünsche Ihnen beim Zuschauen viel Spaß. Gut, legen wir gleich los. Wir sind hier auf dem Startscreen von meinem iPad. Das ist noch eine Version 1, nicht das iPad 2. Und hier haben wir kein Mailkonto konfiguriert. Das heißt, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, wie ich das Mailkonto konfiguriere. Einmal über Einstellungen. Wenn ich mehrere hätte, müsste ich über Einstellungen gehen. Oder indem ich einfach auf das Mailsymbol tippe. Wir machen es über die Einstellungen. Ich gehe also hier auf Einstellungen. Dann öffnet sich die Konfiguration Mailkontakte Kalender. Da bin ich schon drin. Und da kann ich jetzt im oberen Bereich einen Account hinzufügen. So, jetzt möchte das System von uns wissen, was für ein Account ist das? Ist das ein MobileMe-Account? Ist das ein Google Mail-Account? Ist das ein POP3-Account oder ein IMAP-Account? Das würden wir unter anderem finden. Nein, das Exchange Online, wie der Name schon sagt, welches in dem Office 365 enthalten ist, ist ein echter Exchange-Server. Und dann benutzt das iPad zur Kommunikation mit dem Exchange Online das Exchange ActiveSync-Protokoll, welches im iOS lizenziert ist. Das heißt, wir tippen auf den obersten Punkt, Microsoft Exchange. Und es öffnet sich die Exchange-Konfiguration. So, hier müssen wir jetzt diverse Felder ausfüllen. Zum ersten Mal die E-Mail-Adresse. Das wäre in dem Fall crachphal.at himmlischeit.de. So, das ist meine E-Mail-Adresse in diesem Konto. Unter Domäne müssen wir nichts eingeben. Das wäre der Fall, wenn wir das iPad an einen lokalen Exchange-Server anbinden. Dann gehen wir auf den Benutzernamen. Da geben wir unser Login-Name bei dem Office 365 ein. Das ist in der Regel der gleiche... Himmlische... Kleinen Moment. So, das ist in der Regel der gleiche Name wie auch unsere E-Mail-Adresse. Muss es aber nicht. Unter Kennwort müssen wir natürlich unser Kennwort eingeben. So, in der Beschreibung können wir jetzt noch sagen, dass das zum Beispiel ein Office 365 himmlische IT ist. Was soll das mit der Beschreibung? Gut, ich hatte Ihnen ja gesagt, man kann auf dem iPad auch mehrere E-Mail-Accounts haben. Und das ist natürlich schon schön, wenn Sie das entsprechend unterscheiden können. Ob das jetzt in Ihrem Office 365 liegt, ob das ein Pop3-Konto ist, ob das in einem lokalen Exchange-Server liegt. Gut, soweit ist jetzt alles da. Wir gehen jetzt oben auf den Punkt Weiter. Und jetzt nimmt das iPad... kommuniziert das iPad mit dem Exchange Online. Und dass das erfolgreich ist, sehen wir, dass jetzt der Server ausgefüllt ist. Hier hat jetzt das iPad das Exchange Online kontaktiert. Oder sagen wir genauer, die Domäne himmlische IT. Und hat darin einen Eintrag gefunden, der heißt Auto-Discover. Und wenn der gesetzt ist, kann er rausfinden, welches denn der zuständige Mail-Server ist. Das haben wir jetzt zurückbekommen unter pod51007.outlook.com. Keine Angst, wenn das bei Ihnen nicht funktioniert hat, dann wechseln Sie das einfach aus gegen m.outlook.com. Ja, also wenn das Auto-Discover nicht richtig konfiguriert ist, m.outlook.com, dann funktioniert es auch. Wie man das richtig konfiguriert, habe ich in einem anderen Videocast dargestellt. Auf den kommen wir gleich nochmal. Jetzt gehen wir hier auf Weiter. So, und jetzt möchte das iPad eigentlich noch wissen, was wollen wir denn synchronisieren? Mail, Kontakte, Kalender. Wir könnten jetzt sagen, keine Mail, nur Kontakte und kein Kalender. Ich möchte aber in dem Fall alles synchronisieren aus diesem E-Mail-Konto und sage Sichern. So, jetzt sind wir wieder in den Einstellungen. Jetzt gehen wir einmal nochmal in dieses Konto hinein und ich möchte dieses Mail-Synchronisieren drei Tage verändern von drei Tage auf einen Monat. Denn das iPad speichert nur die Mail der letzten drei Tage oder jetzt des letzten Monats auf dem Gerät und die drei Tage sind mir einfach zu kurz. Okay, jetzt gehen wir raus aus den Einstellungen, indem ich den Home-Button drücke und wir gehen unten in die Mail-Applikation. Da tippe ich drauf. Jetzt müsste das iPad gleich anfangen, die Daten zu synchronisieren. Wir können das auch selber auslösen. Nein, es ist schon dabei. Sie können es aber auslösen, wenn Sie unten links diesen runden Pfeil antippen. So, Sie haben dieses Geräusch gehört. Hier ist zum Beispiel eine Mail mit einem Foto drin. Das habe ich von meinem iPhone geschickt. Wir gehen mal auf die oberste Mail. Da sehen wir jetzt eine kleine Mail von mir. Die habe ich von meinem Standard-Account geschickt und da ist ein Link drin. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich einen Videocast gemacht habe, wie man die Domäne richtig konfiguriert, damit Sie Ihre eigene Domäne beim Office 365 verwenden können und nicht diese on Microsoft.com. Und da klicken wir jetzt einfach mal, tippen wir einfach mal auf den Link in der Mail und sagen Öffnen. Dann öffnet sich der Safari und lädt von unserer Seite himmlische-it.de den Blogpost über den Videocast. Ganz wichtig jetzt noch, während er lädt, wenn Sie jetzt nicht über himmlische IT auf diesen Videocast hier gekommen sind, sondern auf YouTube oder irgendwo anders den gefunden haben. Wir haben auf unserer Seite himmlische IT sehr viel Informationen zu den Microsoft Online-Services, unter anderem Videocast, wie das, was Sie sehen, natürlich Blogposts. Wir machen Videointerviews zu den Themen. Wir haben auch einen Podcast zu den Microsoft Online-Services. Surfen Sie mal einfach vorbei und schauen Sie mal, was es da so alles gibt. Gut, jetzt hat er die Seite geladen und ich tippe jetzt hier auf dieses große Play und er lädt jetzt unseren Mediens aus unserem Medioserver die Seite. Und ich zeige Ihnen jetzt mal ganz kurz, wenn Sie hier auf den Play-Button tippen. Sie hören schon, das iPad spielt. Beim Aufzeichnen ist es ein bisschen langsamer mit der Übertragung, aber hier sehen Sie jetzt einen Videocast, wie man eine Domäne einrichtet. Ich scrolle mal ein bisschen runter und halte das an. So, ich denke, soweit soll das reichen, was ich Ihnen damit verdeutlichen wollte, wie man das iPad in der iOS-Version 4.3 an die Office 365, an das Exchange Online anbindet. Mir hat das wie immer viel Spaß gemacht, Ihnen das zu demonstrieren. Ich hoffe, Ihnen auch. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst mal wieder in einem Videocast oder beim Podcast oder so wiederhören. Tschüss. Sie sahen einen Videocast der Rachfall IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand.